Es geht wieder in mein Lieblingsthema, dicke Bäuche, mit diesem Wissenschaftler hier namens Henry, die Ernährung, Pyramide, wissenschaftlich analysiert, Punkt, Punkt, Punkt. Auf dem Thumbnail sieht man Ricarda Lang, eine Ernährungspyramide und ihn hier wie er seine Muskeln präsentiert und sagt, es war gelogen. So, mal gucken, was gelogen war und ob dieser Professor, Doktor der Ernährungswissenschaften uns erklärt, wie die Pyramide eigentlich richtig aussieht und wer die gebaut hat. Deswegen, Dr. Henry, erklär uns mal, was gelogen war. Ist gar keine Pyramide, ist vielleicht ein Quadrat oder so. Mal gucken. Good morning in the morning, boys. Für mich ist es gerade 6 Uhr und heute geht es um die Ernährungspyramide. Good morning in the morning ist Michael Wendler, deswegen kann man schon mal, na gut, vielleicht ist es ironisch. Die Ernährungspyramide, einmal komplett durchgehen und durch meine ehrliche Meinung dazu sagen. Cool, also deine Meinung, das ist jetzt dann doch nicht Wissenschaft oder was? Ehrliche Meinung, ist es Wissenschaft oder ist Meinung, ist Meinung, oder? Also Ernährungspyramide, die kennt ihr ja wahrscheinlich, da sagt man, was man wie viel essen sollte. Und natürlich kannst du dann auch sagen, naja, aber das eine davon nehme ich nicht, da ist ja zum Beispiel auch Fleisch drin. Na, habe ich jetzt seit 25 Jahren nicht gegessen oder so und ich lebe trotzdem noch. Aber, mal gucken. Meinen, die Ernährungspyramide, die vom Staat rausgegeben wird, die muss ja perfekt sein, weil der Staat weiß ja alles. Nee, muss sie nicht. Hä? Das hat noch nie einer behauptet, dass die perfekt ist oder dass der Staat alles, was er rausgibt, richtig macht. Es gibt auch nicht in jedem Land die gleiche Ernährungspyramide. Also das, ne, das war doch bei Unge war das doch so ein Ding, bei Milch ist Gift hat er doch gesagt, Kanada streicht Milch aus der Pyramide raus. Bei uns ja nicht. Der ist mega leise. Ich mach ein bisschen lauter. Aber erstmal vorab, lass schon mal ein Follow da, wenn du auch ambitiviert bist und dich jeden Tag verbessern willst, weil das ist genau das, warum... Ich will dir jeden Tag in die Nasenlöcher gucken, weil du so lustig von unten filmst. Und Jungs, geht auf den ersten Link in der Beschreibung. Ich kann gar nicht da weggucken, ich achte die ganze Zeit drauf, wie sich die Nasenflügel so hin und her bewegen und wie man da reingucken kann. Fragt euch da ein, das ist ein gratis Coaching Call. Ich mach das zur Zeit, dann können wir ein bisschen tauchen über Self-Improvement Fitness. Danke für dein gratis wissenschaftliches Meinungs-Self-Improvement-Coaching. Also kommen wir zum Thema. Von klein auf schon im Kindergarten haben wir diese Ernährungspyramide gezeigt bekommen. Zumindest war es bei mir so. Bei mir war das so, haben die im Kindergarten gesagt, Brot essen besser als Kekse essen. Und ich sage, nein, es war gelogen, das stimmt nicht. Habe ich schon dieses Bild vermittelt bekommen, dass Fleisch böse ist. Hä, aber es ist in der Pyramide drin. Digga, das Fleisch ist in der scheiß Ernährungspyramide drin. Ich esse es zum Beispiel überhaupt nicht. Ja, immer noch heile. Man sich vor allem von pflanzlichen Produkten ernähren sollte. Ja, und wo ist das Problem? Jetzt gehen wir die Ernährungspyramide mal wirklich. Du kannst ja auch wissenschaftlich durchgehen, dass du sagst, ganz, ganz viele Pflanzen, die fütterst du in so ein Tier rein. Dann zerhackst du das, ist alles ganz aufwendig und dann isst du das wieder. Warum isst du nicht direkt die Pflanze? Du kannst cut out the middle man. Du kannst den Mittelsmann einfach rausnehmen, dieses Tier, was für dich die Proteine gegessen hat. Du kannst sie auch einfach direkt aus der Pflanze essen. Wirklich Step für Step durch. Hammer. Zeig uns. Ernährungspyramide sind langkettige Kohlenhydrate, wie zum Beispiel Getreide, Kartoffeln und so weiter. Ich weiß, das gibt auch Abenteuerung. Und die soll man nicht essen, oder? Von der Ernährungspyramide. Weil es ist gelogen. Esst das lieber nicht. Das war zumindest die. Esst lieber nur Proteinshakes. Die ich immer gezeigt bekommen habe. Schreibt in die Kommentare, wenn das bei dir anders war. Auf jeden Fall. Ich bin Worte über. Bei mir anders. Bei mir war unten immer Börek drin und Pide und so. Schreiben. Was das eigentlich für ein großer Haufen Bullshit ist. Richtiger Bullshit. Ey, ich habe diesen Bullshit-Button sogar. Ich weiß nicht wo gerade. Aber Pommes sind dann quasi unten in der Ernährungspyramide. Das finde ich schon mal gut. Da kann ich da sehr viel von essen. Ich bin der festen Ansicht, dass es an Körperverletzungen grenzt. Einer Person zu sagen, dass die langkettige Kohlenhydrate, wie Getreide, ganz unten in ihre Ernährung reinpacken soll. Also, dass es die Grundsubstanz ihrer Ernährung sein sollte. Ja, sie gibt es ja auch schon ein bisschen länger, diese Pyramide. Und Deutschland hat ja auch eine lange Geschichte mit Brot und mit Kartoffeln. Deswegen ist wahrscheinlich in Deutschland Brot und Kartoffel da. Und in Mexiko bist du da Mais oder so wahrscheinlich. Weizen und viele andere Getreidearten sind stark entzündungsfördernd. Sie fördern Entzündungen in deinem Körper. Sie fördern damit auch eine Reihe von Krankheiten. Weizen steht zum Beispiel im Zusammenhang mit einer Reihe von Krankheiten. Zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen. Depressionen, weil ich zu viel Brot gegessen habe. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist aber, dass langkettige Kohlenhydrate immer noch Zucker sind. Die meisten Leute... Ja, und wenn ihr einfach einen Döner esst, dann habt ihr die ganze Ernährungspyramide in einem Gericht drin. Das ist alles einfach in einem... Auf einmal kannst du das essen. Sie greifen das einfach nicht. Sie denken, dass... Und der Großteil vom Döner ist Brot. Dann ist ein bisschen Gemüse, ein bisschen Fleisch, ein bisschen Soße. Das ist gut sortiert. Also einfach jeden Tag Döner essen. Und dann hast du die Ernährungspyramide gut abgedeckt. Industriezucker, das, was in diese ganzen Schokoriegelungen so reingeballert wird, sich so stark von diesen langkettigen Kohlenhydraten unterscheidet. Nein, Bro. Das sind einfach nur ganz... Das ist einfach genau das Gleiche. Haben wir hier noch Biologen oder Ernährungswissenschaftler oder so, die validieren können, ob das bisher gestimmt hat, was er da sagt? ...Priküle aneinandergereiht. Das eine sind Monosacharide und das andere sind Polysacharide. Das klingt so ein bisschen wie so ein Referat, aber du weißt, du wirst halt nicht vom Lehrer benotet, sondern von den anderen Schülern. Und deswegen kannst du dann einfach sagen, ja, Bro, ich glaube, es ist so. Und die dann... Du kannst ja nicht durchfallen. Also die anderen, die Schüler sagen, ja, ist gut vorgetragen, war geil. Menschen verstehen einfach nicht, wenn sie ganz, ganz viele langkettige Kohlenhydrate zu sich nehmen, dann nehmen sie an Gewicht zu, weil der Zucker wird in Fettreservien... Und wenn sie nur ein bisschen davon essen, dann halt nicht. Also wenn ihr zunehmen oder abnehmen regulieren wollt, also mehr Kalorien essen als rausgehen, dann nehmt ihr zu. Mehr Kalorien raus als rein, nehmt ihr ab. Das ist eigentlich ziemlich einfach. ... in deinem Körper eingespeichert. So viele Leute sind sich irgendwie nicht bewusst darüber und das ist einfach nur erschreckend. Guck dir mal an, wie die meisten Leute sich ernähren. Ich will mal aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Morgens bin ich aufgestanden, hab mir erst mal dick Haferflocken und noch irgendein anderes Schokomüsli gemacht. Gift. Dann hab ich mir noch ein paar Brote geschmiert. Auch Gift. In der Schule hab ich mir irgendwelche Backwaren vom Aldi geholt. Auch Gift. Ey, als ob's beim Aldi so leckere Backwaren gibt. Brote geschmiert. Dann in der Schule hab ich mir irgendwelche Backwaren. Ne, das gibt's nicht. Also beim Rewe oder Edeka gibt es manchmal solche Dinger hier, ne? Aber das Aldi hat die nicht. Aldi hat immer nur irgendwie, da kannst du froh sein, wenn du da eine Brezel kriegst. Bei Aldi sind die Brötchenregale immer relativ scheiße, oder? Also, vom Aldi geholt irgendwie Pizzasnack, Apfeltasche und so. Das waren auch alles langkettige Kohlenhydrate. Ja. Das war dieser Blätterteig. Ja, wenn du da eins von isst, dann ist das schon okay, ne? Also halt nicht so viel. Also angekommen, hab ich mir eine Tiefkühlpizza gemacht. Das waren auch nochmal ganz, ganz viele Kohlenhydrate in mich rein. Dann zwischendurch hab ich natürlich immer gesnackt. Chips, Knickknacks und so weiter und so fort. Ja, das ist nicht gut. Klingt jetzt nicht nach der besten Ernährung. Dann hat es vielleicht zwischendurch auch mal ein bisschen Gemüse essen sollen. Aber guck mal, dann hast du ja einfach von der Ernährungspyramide, hast du einfach bisher beschrieben, du hast hauptsächlich halt einfach nur die Basis gefuttert und den Rest halt nicht, ne? Abends genau dasselbe Spiel. Abends hab ich mir vielleicht nochmal ein Müsli gemacht, nochmal ein paar Brote geschmiert und ich dachte, ich hab mich mehr oder weniger gesund ernährt, Bro. Sagt jemand im Chat, dass mit den Weizenprodukten in Verbindung mit Depressionen stimmt tatsächlich, hat aber nichts mit Brot zu tun, sondern durch die starken Blutzuckerschwankungen nach dem Verzehren, der von Produkten aus hochverarbeitetem Weizenmehl und so weiter. Okay. Was ist das Ding? Brot, was soll das? Warum shoote ich gegen Aldi? Aldi hat viele geile Sachen auch. Aber ich find die Brottheke bei Aldi ist schlechter als bei den anderen. Da gibt's irgendwie weniger geile Sachen. Daran so ungesund sein. Müsli, was soll daran so ungesund sein? Das ist doch ganz normal. Das ist doch die Grundlage der... Schokomüsli ist halt nicht gesund, ne? Ernährungspyramide. Die meisten Leute nehmen einfach viel zu viel von diesem Getreide zu sich. Aber jetzt erklär mal, wie ich machen muss. Also wir sind jetzt bei dreieinhalb Minuten. Was muss ich denn essen? Deiner Meinung nach, damit's mir gut geht. Gib mal einen positiven Tipp. Nicht nur sagen, wie ich's falsch mache. Sag mal, wie ich's richtig machen soll. Nehmen dementsprechend viel an Körperfett zu. 60% aller Menschen in Deutschland sind übergewichtig. Das muss man... Mit so einem geilen AI-Bild. Auf dem Thumbnail hat der dann Ricardo Lang und so im Video zeigt er solche Bilder. Mach doch das einfach auch auf Thumbnail. Auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung... So wie die dicken Leute ihre Butterriegel. ...trägt viel überflüssiges Körperfett mit sich rum. Das ist absolut ungesund und das sollte absolut nicht so sein. Und dann gibt's noch eine Sache, die mich an der ersten Stufe der Ernährungspyramide stört. Und zwar ist es das Gluten. Gluten ist in fast jedem Getreide drin. Und das ist einfach nicht gut für deinen Körper. So kann man das ausdrücken. Ja, also mehr Blumen essen. So wie die Ärzte das gesagt haben. Wurde grad auch im Chat gesagt. Das ist aber gar nicht aus dem Lied Friedenspanzer. Das ist ein eigenes Lied. Ich ess Blumen. Hab ich in der Kindheit viel gehört, die Ärzte. Ärzte ist so ein bisschen für mich so Rockmusik für Kinder. Weil ich hab das halt mit 8 gerne gehört. Das ist mir dann irgendwann, als ich älter wurde, ein bisschen auf die Nerven gegangen. Aber so mit 8 bis 14 fand ich die schon geil. Die sagen, dass es den Darm verklebt kann sein. Ich hab da jetzt nicht weiter drüber recherchiert. Dann gibt es aber ganz klare Studien, die belegen, dass Gluten dein Testosteron direkt reduziert. Nein. Aber ich hab genug Testosteron vielleicht. Dann kann ich das Gluten ruhig weiter essen, oder? Das sagt man über Lakritz ja auch. Aber also der Bart ist immer noch vorhanden. Also ich glaube, dass mein Testo-Level ist in Ordnung. Deswegen Gluten den, mein Mann. Lakritz den, mein Mann. Wenn du viel Gluten zu dir nimmst, dann steigt automatisch dein Prolaktin-Spiegel. Und Prolaktin ist ein Hormon, was entgegengesetzt von Testosteron wirkt. Um genau zu sein, ist es das Hormon, was Frauen in der Schwangerschaft vermehrt werden. Nein, und ich will doch keine Frau sein. Ich höre jetzt auf, Brot zu essen. Nicht, dass ich zur Frau werde. Stellt euch mal vor, ich wäre wie eine schwangere Frau. Nee, Alter, ich bestelle jetzt nur noch Falafelbox ohne das Brot. Außerdem führt dieser ständige Kohlenhydratkonsum auch dazu, dass dein Blutzucker immer ansteigt und runterfällt. Das ist das, was gerade einer aus dem Chat meinte. Weswegen die Depression passiert und runterfällt. Es gibt diese großen Blutzuckerspikes. Und das ist auch einer der Gründe, warum Kohlenhydrate Brainfog verursachen. Ich meine, ist dir das mal aufgefallen? Du isst so einen Teller Nudeln. Ich esse einen Teller Nudeln und bin richtig dumm hinterher. Und danach fühlst du dich einfach komplett kaputt. Du bist schläfrig. Du würdest dich am liebsten direkt hinlegen. Bei mir ist das immer so, wenn ich so Sachen wie Nudeln gegessen habe. Und das liegt einfach an diesem Blutzucker Crash. Also wenn du schon Kohlenhydrate zu dir nimmst, dann achte darauf, dass der glykämische Index von den Sachen, die du isst, relativ gering ist. Weil der glykämische Index beschreibt, wie schnell die Sachen, die du zu dir nimmst, in den Blutzucker gehen. Und desto höher der glykämische Index ist, umso schlechter ist das für dich. Also ich bleibe dabei, langfettige Kohlenhydrate als Grundbasis der Ernährungspyramide zu nehmen, grenzamt. Hätte ich jetzt auch Schlimmeres von ihm erwartet. Das ist tatsächlich, glaube ich, wissenschaftlicher, als ich erwartet hätte. Von der Aufmachung her, so vom Thumbnail, mit dem Titel und dem Namen und so, hätte ich gedacht, okay, das ist irgendwie so ein Meinungsblogger, der labert jetzt einfach irgendwie. Aber bisher ist er jetzt ja auch nur auf der unteren Ebene. Ich gucke mal, wie es weitergeht. Bisher, aber es seien ja einige Leute richtig Quatsch geredet, hat er jetzt bisher auch noch nicht so ganz. Körperverletzung. Das ist absolut nicht kräftig und sollte geändert werden. Und ich will jetzt gar nicht den Teufel anbauen. Die Regierung muss uns sagen, wie wir richtig essen sollen. Und dir irgendwie sagen, nein, du solltest nie wieder Kohlenhydrate essen. Kohlenhydrate sind pures Gift für deinen Körper. So bin ich nicht, nein. Kohlenhydrate können extrem nützlich dafür sein, um zuzunehmen, um Energie zu gewinnen vor dem Training und so weiter. Aber man muss eben aufpassen, was für Kohlenhydrate... Ja, aber dann ist ja okay, also ich habe ja kein Problem mit zunehmen. Und dann sollte ich mir schon vor dem Training nochmal so ein dickes Fladenbrot reinziehen. ...man zu sich nimmt. Und wie viele davon. Weil es kann nicht sein, dass jede einzelne Mahlzeit deines Tages damit vollgeballert ist. Kommen wir zur zweiten Stufe der Ernährungspyramide. Let's go. Und zwar Obst und Gemüse. Da kannst du ruhig noch mehr von essen. Das kannst du auch ruhig tauschen. Da könnten wir uns drauf einlassen, oder? Das ist halt auch alles geil. Alter, fucking Granatapfel und Wassermelone. Übelst lecker. Das kann auch nach unten. Aber, ne, wie ihr seht, also wenn das Ding fertig ist, dann ist es am Ende ein Döner. Eigentlich bin ich damit fast zufrieden. Eigentlich ist das fast okay. Aber es ist eben nur fast okay, weil Gemüse ist komplett overhyped, Bro. Was? Was? Das ist ein Veganer. Hä, ne, Gemüse ist voll geil. Draußen würden mich jetzt für verrückt erklären. Ich bin ein böser Verschwörungstheoretiker. Gemüse ist overhyped. Dicker. Was? Der Lügen im Internet verbreitet. Ja, okay. Glaubst du, brauchen wir tierische Produkte, um gesund zu sein? Oder können wir auch ohne? Genau. Also wir brauchen natürlich keine tierischen Produkte, um gesund zu sein. Deswegen, warum schicken wir Tiere zum... Ja, aber guck dir die Leute an, Alter. Es sieht ja gesund aus. Also wenn du in McDonald's gehst und erwartest, da gesunde Menschen zu sehen. Also gesund ist da drin ja kaum jemand. Nachthub, ist das ein schöner Ort? Klar, Gemüse ist immer noch sehr gesund. Das meiste Gemüse ist immer noch tausendmal besser als Weizen, als McDonald's, Fast Food, Junk Food und so weiter. Ja, aber bei McDonald's auf dem Burger ist auch Salat und eine Scheibe Tomate vielleicht drauf. Müssen wir nicht drüber reden. Aber weil unsere Gesundheit uns wichtig ist, müssen wir auch eben... Müssen wir auch für ein Gemüse zu essen. ...negativen Aspekte, dies bei dem Gemüse... Die negativen Aspekte von Gemüse. Okay, hau raus, Bruder. ...berücksichtigen geht. Berücksichtigen. Und die sind zum Beispiel die Antinährstoffe, die in dem Gemüse drin sind. Viele Gemüsearten enthalten eben viele Lektine oder Oxalate. Und das ist eben nicht so gut für deinen Darm und für deine Gesundheit allgemein. Weil diese Antinährstoffe in deinem Körper entziehen deinem Körper die Nährstoffe, wie der Name... Ja, und Bro, was esse ich jetzt? Aber der sagt mir jetzt nicht am Ende, dass ich einfach nur Fleisch essen sollte, oder? ...schon sagt. Wenn man jetzt aber mit seinem Gemüsekonsum nicht so übertreibt, wie zum Beispiel ein Veganer, dann sollte das eigentlich... Zum Beispiel ein Veganer. Kennt ihr das? Veganer übertreiben immer mit ihrem Gemüsekonsum. Deswegen sehen die auch so aus, wie sie aussehen, wenn du dir die im Internet anguckst. Wenn du so Leute wie Tilted Floster siehst und so, dann weißt du halt, der dicke Bauch ist einfach voll mit Gemüse. Das liegt nicht daran, dass der die ganze Zeit Süßigkeiten isst. Und irgendwelche tief coole Greenforce-Sachen oder so. Der isst einfach zu viel Gemüse. Der ganze Bauch ist gefüllt mit Gurke und mit Salat. Kein Problem sein, weil diese Antinärstoffe kommen in so geringer Menge, dass es eigentlich kein Problem ist. Aber nichts... Ja, Dekalent auch, Alter. Der hat den ganzen Tag nur am Tomatenessen, der alte Gemüse-Junkie. Zentrum der Gesundheit als Quelle. Sorry, aber die Seite ist voll mit Schwurbelei. Okay, ich kenne die noch nicht, deswegen... ...destotrotz würde ich auf jeden Fall... ...die sogenannte Gurkenleber. Niemals so viel Gemüse essen, wie uns das die Ernährungspyramide sagt. Also ich würde auf jeden Fall mehr Obst als Gemüse essen, so viel kann ich sagen. Weil da so viel Zucker drin ist, oder was? Hast du nicht gerade noch einen erzählt von übelst gefährlich, dass wenn du Getreide isst, da ist ja Zucker drin? Weil das sind ja Kohlenhydrate, aber jetzt willst du Obst essen, oder was? Was ist denn im Obst drin? Fruchtzucker, ohne Ende. Gucken wir uns jetzt mal an, was an der dritten Stelle der Ernährungspyramide steht. Und zwar, ah, da kommt erst Fleisch und Milchprodukte und Filme. Und das ist nämlich eigentlich andersrum. Eigentlich ist die Ernährungspyramide, ihr müsst nur das hier essen die ganze Zeit. Knallt euch ein, so eine Keule nach der anderen rein. Okay, erst an dritter Stelle, was ist da los? Tschüss, erst dritte Stelle, verrückt. Guck mal, Fleisch. Ich schwöre, also guck mal, Veganer essen das gar nicht, verrückt. Alleine, wenn du dir rotes Rindfleisch anguckst. Rotes Rindfleisch hat alle essentiellen Mikronährstoffe, die du für deinen Körper brauchst. Ist das nicht krass? Das ist krass. Okay, jetzt sind alle, alle zum Beispiel. Ey, das hat alle, ja. Ich schwöre, das hat alle. Ist das nicht krass? Ja, okay, vielleicht doch nicht alle. Okay. Vitamin C kann man nur über Früchte eigentlich zu sich nehmen. Aber trotzdem bin ich der Pest. Ich schwöre, es hat alle, aber es hat halt nicht alle. Überzeugung davon, dass Fleisch sehr, sehr gesund für unseren Körper ist, Bro. Und ich weiß nicht, es gibt Studien, dass... Ich schwöre, Fleisch ist sehr gesund für unseren Körper, Bro. Weil, Bro, ich esse das halt gerne. Und, Bro, wenn es Studien gibt, dass das nicht so ist, Bro, dann sind diese Studien halt Quatsch, Bro. Weil meine Studie sagt es anders, Bro. Da außen die sagen, rotes Rindfleisch verursacht Darmkrebs. Aber es gibt... Ja, aber das ist Quatsch, ja. Ich suche mir die Studien so aus, wie mir die gefallen. Und mir gefällt lieber die Studie, wo die sagt, es ist gut. Auch Studien, die genau das Gegenteil beweisen. Aha. Von der Neuen Zürcher Zeitung. Rotes Fleisch und Würste sind laut Forschern doch nicht so ungesund. Doch nicht so ungesund heißt aber auch nicht gesund, ne? Ah. Das ist nicht das Gegenteil, ne? Wenn einer sagt, es ist sehr ungesund und der andere sagt, es ist doch nicht so ungesund, kann immer noch sein, dass es immer noch ungesund ist, ne? Ah. Das heißt jetzt nicht, dass das besonders geil ist. Ich bin von der Öffentlichkeit nicht so groß gemacht. Ich persönlich zumindest, hab die Vermutung, dass die Studien, die darauf basieren, dass durch rotes Fleisch das Darmkrebsrisiko steigt, dass diese Studien eben mit nicht gerade hochqualitativem Fleisch durchgeführt wurden. Ich hab da einfach ne Vermutung, ich wette, die militante Veganerin hat's durchgeführt. Ich wette, das sind alles Ideologen, eigentlich ist es übelst gesund und lecker und geil und alle Leute, die was anderes sagen, eure Studie mag ich einfach nicht. Natürlich, Bro, wenn du dir jetzt die 1 Euro Salami von Aldi jeden Tag reinfetzt, wo Natrium, Nitride und dieser ganze andere Scheiß drin ist, dann ist das nicht gesund für deinen Körper. Aber ich bin fest überzeugt davon, dass rotes Rindfleisch, Gras gefüttert, unbehandelt, eines... Wo kriegst du das denn, Gras gefüttert und unbehandelt? ...der besten Sachen ist, die du zu dir nehmen kannst. Und auch diese... Ja, ist halt nicht so gut für das Rind, ne, aber... ...ganzen anderen tierischen Produkte, zum Beispiel Eier. Eier sind auch unglaublich mikronährstoffreich. Fisch- und Milchprodukte, ganz genauso, aber sie wurden... Weißt du, was, äh, was, äh, was, ganzen Hühnersachen, woran die auch reich sind? Antibiotika, mhm... ...eben von Mainstream so unglaublich schlecht geredet. Und das basiert meistens auf der Annahme, dass Cholesterin schlecht für dich ist. Das ist aber... Er erklärt jetzt einfach all diese Sachen und bei manchen sagt er, ich schwöre, die sind richtig ungesund. Bei anderen sagt er, die sind richtig gesund. Also er ist einfach fest überzeugt, es ist wissenschaftlich. Aber dann manche Wissenschaft gut, manche Wissenschaft bad, weil fest überzeugt und Meinung. Also wir haben jetzt hier so 100 Studien und ich gehe einfach mal davon aus, die eine Hälfte gut, die andere nicht so. Das ist halt einfach, ne, also... Kann ich jetzt nicht genau irgendwie, aber also ich gehe auch von aus, die einen studieren sie besser als die anderen. Kurz zusammengefasst, kompletter Bullshit, Bro. Ich meine, guck dir mal an, woraus Testosteron hergestellt wird. Aus Cholesterin. Und ja, ein hoher Cholesterin... Und ich will mehr Testosteron haben, damit ich ein mächtiger Mann bin wie KLS oder so, ne? In deinem Blut ist garantiert etwas Schlechtes für dich. Aber, oh Wunder, ein hoher Cholesterinspiegel kommt nicht von einer cholesterinhaltigen Ernährung, sondern von einem schlechten Stoffwechsel und von einem großen Kohlenhydratkonsum. Also, hab keine Angst davor, Fleisch, Eier oder Milchprodukte zu essen, weil sie sind unglaublich gesund für dich. Aber unglaublich ungesund fürs Rind. Das ist einfach fand ich so bewiesen, dass unser Gehirn sich nur so krass entwickeln konnte, weil unsere Vorfahren eben viel... Der Scheiß schon wieder. Ich schwör, das Gehirn hat sich richtig weit entwickelt, weil der Höhlenmensch, der hat ein bisschen Wiesenhof-Salami gegessen. Deswegen geh mal in McDonalds und guck dir die ganzen Big Brains da an, was die alle für gigantische Gehirne haben, dadurch, dass die Fleisch essen. Und guck mal, wie intelligent die sind. Ja, okay. Fleisch gegessen haben. Ja, aber ey, nicht mal das ist hundertprozentig bewiesen, oder? Und du bist halt nicht irgendwie der Höhlenmensch von früher. Das Gehirn hat doch jetzt schon die Größe und du benutzt es ja anscheinend, um so ein YouTube-Video zu machen. Deswegen, so groß kann es ja dann doch nicht sein. Kommen wir nun zum großen Finale, die Spitze der Ernährungspyramide. Und da haben wir auf der einen Seite Fette und auf der anderen Seite Süßigkeiten. Und Tee. Bro, wenn ich das so sehe, dann frage ich mich wirklich... Boah, frage ich mich, warum ist das nicht ganz ab? ...was diese Leute genommen haben, die diese Ernährungspyramide erstellt haben. Das kann doch nicht wirklich ernst gemeint sein, dass Süßigkeiten in eine gesunde Ernährung mit eingebaut werden sollen. Ja, oben an der Spitze ganz bisschen. Kannst du machen. Hä? Du musst doch nicht hundertprozentig irgendwie Askese machen. Süßigkeiten sind pures Junkfood. Industriell hergestellt und schädigen einfach nur deine... Älter, dein Rindfleisch ist auch industriell hergestellt. Woher kriegst du denn dein rotes Rindfleisch, wenn das nicht industriell hergestellt ist? ...klar sind wir alle Übermenschen, dass wir niemals irgendwie schlechte Sachen zu uns nehmen. Nein, absolut nicht. Aber sollte man den Leuten so welche Art von Lebensmitteln wirklich in ihrer Ernährung empfehlen? Nein. Nein. Meiner Meinung nach zumindest nicht. Dann macht doch mal eine neue Pyramide. Schlag dir doch mal vor. Und dann kommen wir zu den Fetten. Durch Mainstream wurde die Idee verbreitet, dass Fette Fett machen. Aber das ist einfach nur Bullshit. Das ist wie... Das ist eigentlich Zucker. Ja, mein komplett... Aber auch. Also wenn du ganz viel Fett isst, dann wirst du auch fett. ...gelogen, komplett aus dem Ärmel rausgezogen. Fette sind unglaublich wichtig für deinen Körper. Du brauchst Fette, um überleben zu können. Wie vorhin schon gesagt, Testosteron und die meisten... Also wenn der Mainstream sagt, wenn du richtig viel Fett isst, dann wirst du dick. Aber nein, 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 so ist das nicht. Weil wenn du ein bisschen Fett isst, dann wirst du nicht dick. Der Mainstream hat einfach gesagt, Fritteuse ungesund. Aber eigentlich, so ein bisschen Olivenöl mit in den Salat ist gar nicht ungesund. Checkmate. Die meisten anderen Hormone werden alle aus Cholesterin hergestellt. Also auch hier wieder. Hab keine Angst davor, dich fettig zu ernähren. Hab keine Angst davor, viel Butter zu essen. Viel Olivenöl zu essen. Und nein... Ja, Olivenöl ist in Ordnung. Kann man machen. Kann man machen. Danke sehr, Haferflocke. Also bitte keine Öle kaufen, die von der Industrie hergestellt wurden. Denkt mal ganz logisch darüber nach. Wie kann aus so einer Pflanze, so einer Rapspflanze Öl gewonnen werden? Wie funktioniert das? Wie kann aus so einer Olivenöl gewonnen werden? Also das kann ich essen, oder was? Wie kann aus einer Kuh unten Butter rauskommen? Ja, kauft industrielles Olivenöl und Butter. Das ist halt nicht industriell, oder was? Also... Das Öl, das passiert alles nur durch chemische Prozesse und wie du dir vorstellst... Ja, und Buttergewinnung nicht, oder was? Das ist nicht unbedingt gesund für deinen Körper. Nimm die naturbelassenen Lebensmittel wie Butter... Die Butter... Die Butter... Nimm nicht Raps, das ist nicht natürlich. Nimm Butter. Das kommt aus der Natur. Das fällt einfach so aus der Kuh raus. Ebenöl wie Schmalz, wie Kokosöl und nicht diese ganzen ekligen Seed Oils. So Jungs, jetzt wird die Ernährungspyramide einmal komplett auseinandergenommen. Krass. Wenn ihr meine Ernährungspyramide sehen wollt, die auf Test... Die muss man kaufen, oder? Testosteron beziehungsweise auf Gesundheit angepasst ist. Testosteron beziehungsweise Gesundheit. Schreibt das in die Kommentare, dann sehe ich, dass da Nachfrage besteht. Und dann kann ich ein Video dazu vorbereiten. Ach so. Also schreibt in die Kommentare, wenn ihr meine Ernährungspyramide sehen wollt. Und ansonsten macht es gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Gutes Video. Ja, ich sag's nochmal, ne? Also hier diese Ernährungspyramide, haben wir die hier irgendwo nochmal eingeblendet? Also die ist im Grunde ein Döner. Ihr könnt das einfach essen, dann werdet ihr von dem, werdet ihr zu dem. Aber esst nicht das mit Fleisch, nehmt lieber so Falafel oder so. Aber aufpassen, wenn ihr nicht die ganze Zeit rotes Rindfleisch esst, dann werdet ihr richtig dumm. Unser Gehirn ist nur so riesig, weil der Höhlenmensch, der hat so viel rotes Rindfleisch gegessen. Deswegen ist er so übelst intelligent geworden. Und hat dann YouTube erfunden und da so einen Kanal erstellt, wo der sagt, bro, die Pyramide voll dumm. Na gut. Ja, ist ein sehr, sehr kluges Video gewesen. Ich esse jetzt was anderes. Aber er hat ja viel nur gesagt, das nicht mehr essen, das doch essen. Also ich soll jetzt sehr viel rotes Rindfleisch mit Butter essen. Ja, ne, mach ich nicht. Tschüss.